Willkommen am Campus voller Ideen, wo Forscher zu entdeckern werden. Hier arbeiten Unternehmen mit Forschern Hand in Hand an den Energiesystemen von morgen. So tragen wir zur Energiewende bei. Unser bestehendes Stromnetz wurde für konventionelle Stromerzeugung ausgelegt. Wenn zukünftig die Großkraftwerke wegfallen, wird das Netz ohne zusätzliche Maßnahmen instabil. Daher muss das Netz flexibler, intelligenter und dynamischer werden. Es muss sich zunehmend dem Rhythmus der regenerativen Energieerzeugung anpassen. Am Energie Campus planen wir unsere zukünftigen Netze und Versorgungssysteme. Wir betrachten das gesamte System, von den Übertragungsnetzen bis hin zur hauseigenen Steckdose. Wir forschen für die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa. Und leisten so beispielsweise einen Beitrag zur erfolgreichen Netzintegration von großen Offshore-Windparks. Für eine wirklichkeitsnahe Planung modellieren wir Netze in Echtzeit. Und gestalten sie offen für zukünftige Arten der Stromerzeugung und Speicherung. Unser Netz braucht selbstlernende und sichere Systemkomponenten. Dabei sind die Schutzsysteme der Dreh- und Angelpunkt im Energienetz der Zukunft. Sie stehen für Sicherheit und Flexibilität und sind wichtiger Bestandteil des Netzbetriebs. In unserem Hochstrom- und Hochspannungsprüffeld testen wir Kabelprototypen mit optimierten Materialien, Transformatoren und Sicherheitssysteme. Denn die neuen Systemkomponenten sind Schlüsselelemente der zukünftigen Netzarchitektur. Wir produzieren unseren eigenen Strom und leiten ihn in unser hybrides Speicherlabor. Dabei untersuchen wir zum Beispiel das Netzverhalten verschiedener Speichersysteme und analysieren die Stabilität von Microgrids in Echtzeit. Gemeinsam sind wir breit und kompetent aufgestellt. Wir sind der Forschungsbereich Elektrische Netze am Energiecampus Nürnberg. Das ist ein Teil unserer Arbeit. Doch bei uns gibt es noch mehr zu entdecken. Schauen Sie bei uns vorbei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020